Nein, die brauchen wir nicht. Die bringen uns zwar nichts, aber die bringen aber auch kein Geld. Von daher... Und doch die Nebelbluse. Oder? Nebelbluse? Ach, wisst ihr was? Geld ist Geld. So, dann habe ich natürlich so ein bisschen Überblick hier. Eine ganze Geschichte. Hübsche Fußkette. Ja, die haben hübsche Fußkette. Wo hatte ich nur eine Fußkette? Bonserscheider. Jetzt auch weg. Zwei Stempel. Giftband, das wollte ich ja noch ausrüsten. Guck mal mal. Giftband für Espera. Wobei, wo du hast keine Rüstung? Ist jetzt nicht dein Ernst. Ups. Entschuldigung. Du hast keine Rüstung. Willst du dich verarschen, ne? Die Magistband noch? Hö. Oh, ja. Du hast nichts. Du hast keine Rüstung. Einmal Giftband noch und gleich soviel ausrüsten. Perfekt. Das sieht mit dem Elfmixer aus, sieht gut aus. So. Dann gehen wir mal zum Anwesen. Asbel! Hallo, Mama. Ich bin nach Hause. Oh, ich habe dich sehr lieb. Ich bin sehr glücklich, dass du zurück bist. Nach dem, was zu deinem Vater passiert, habe ich so sehr Angst. Entschuldigung, dass ich nicht hier war. Und ich bin glücklich, dass du in Ordnung bist, Frederic. Ich habe dich eine Schuld, die ich nie kann, Herr Asbel. Ich habe mich verloren? Ja, ich bin sorry. Wir können einfach nicht warten, für deine Rückkehr. Das ist, warum du zurück bist. Right? Ich bin zurück, um zu sehen, ob du etwas brauchst. Und die aktuellen Konditionen von Lahn. Asbel, du kannst nicht sagen, dass du zurück in Barona zurück bist. Nicht nach allem, was passiert. Ich weiß, was du zu sagen willst. Aber ich... Ich brauche etwas Zeit. Ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, um zu denken. Wir haben deine Wohnung, wie es war. Wir haben deine Wohnung, wie es war. Ich brauche Zeit. Danke, Frederic. Sophie, ich werde meine alten Wohnung anschauen. Willst du kommen? Asbel... Ich brauche Zeit. Ich brauche, Frau. Meine Mutter muss verstehen, dass ihr Sohn mal irgendwo Zeit zum Nachdenken braucht. Aber sie kann ja nicht einfach sagen... Okay, ich mache jetzt einfach das, was du gesagt hast. Nur weil es gerade so gemacht werden muss, weil es gerade nicht anders geht. Aber äh... Es... Es ist schon traurig, was ihr passiert ist. Wenn ich nur wusste, wie schlimm sind, hier sind. Wenn ich nur meine Rolle als dein Herr... Wenn ich nur akzeptiere, meine Rolle als dein Herr... Dann würde ich nichts davon passieren. Was soll ich machen? Ich habe seit 7 Jahren trainiert für Nachthut. Und jetzt bin ich fast da. Woher? Ich wollte, dass ich stark sein kann, damit ich Menschen schützen kann. Aber ich konnte niemanden schützen. Kann ich nicht? Nicht sogar meinen eigenen Vater. Und dann, er stirbt, schützend seine eigenen Leute. Schütz. 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 Jeder. Schütz. Sie wissen, es ist wegen von dir, dass ich stark sein wollte. Ich? Ich meine... Ich meine... Entschuldigung. Ich denke, ich denke, dass ich dich als Sophie als Sophie. Sie wissen? Aber ich denke, ich weiß meine Antwort. Ich denke, ich habe es immer kennenzulernen. Von dem sehr Anfang. Danke. Danke. Ich denke, dass du mir ein paar Dinge herausfinden kannst. Ja. 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 Hier war ja rein. Äh, ja. Mann, es ist schon lange, seit ich hier bin. War es immer so klein? Ich schreibe einen Brief. Hm. Ich habe dir ein bisschen Tee, Lord Asbell. Tee. Tee. Sie hilft dir wachst mir. Wolltest du das lesen, das ist da abschieben? Ich bin der nächste Lord von Lant. Es ist meine Aufgabe als erstes von Aston Lant. Sie ist mein erstes Kind. Ich werde sofort informieren, Frau Kerry. Sie wird überraschend sein. Klar. Oh, noch etwas. Ich habe gehört, dass ich ein Report ausgerichtet habe, die die Fendolien-Arme des Enkampments. Sie ist in der Studie, mein Herr. Ich werde dich dort abschieben? Das wäre perfekt. Soll ich dich zum Arbeitsplatz begleiten? Ja, ganz große Klasse. Das ist hier gegenüber. Da wird doch wohl selber hinlaufen können. Aber es ist schon tragisch, was passiert ist. Vater ist gestorben, weil er sein Land verteidigen wollte. Weil irgendwelche Leute mal wieder meinten. Wir werden das ganze Land regieren. Wahrscheinlich. Weil sie sich jetzt denken. Warum die das gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie wieder irgendwelche Launen hatten. Schon tragisch. Es fühlt sich an, hier zu sitzen. Das ist dort, wo der Vater gemacht hat. Friedrich, wissen Sie, ob dieses Report noch genau ist? Das heißt, wir können durch die Seaside-Kavern über die Lohn-Hill über die Lohn-Hill gehen. Und nach der Enkampment des Enkampments. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Ja. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Die Männer. Ich will heute hier sein. So schnell? Nein? Das Enkampment wird noch von der heutigen Krieg zurückgekommen. Die Zeitung ist perfekt. Für die Sache von Launten müssen wir nicht verlieren. Wir werden die Vorbereitungen zuerst beginnen. Ich will ein Teil dieser Krieg, Asbel. Ich will Fendel aus meinem Haus helfen. Scheria, ich... Ich will auch gehen. Danke. Danke, beide. Wir werden, bis bald die Vorbereitungen sind. Ich will sicher, dass wir die Kavern bis zum Nachtfall erreichen. Ich werde bereit sein. Nachdem ich kein Kopf habe, wie es hier ist, Ich würde mich irgendwie nicht um die... ... Truhe gekümmert... ... die im... ... äh... ... Dings war. Hier, in der Ritterschule... ... da hat er die Truhe mit dem Passwort. Ich habe die natürlich wieder vergessen, ich... ... Depp. Ich gucke, ob ich die irgendwann noch öffnen kann. Ansonsten müssen wir weitersehen. Gibt es noch irgendwas? Nicht lecken. Naja. Was? Ach, er ist aufgestiegen, genau. Er hat eh produziert. Von diesen Allheilmitteln und ist aufgestiegen. Sehr gut. Dann werde ich mal hier speichern. Und den Part dann für heute auch gut sein lassen und beenden. Weil, eine Stunde reicht vollkommen aus. Na dann, speichern. Ich muss immer ach so prüfen, ob es wirklich das ist. Weil, ich weiß immer nie, wo mein Save-Game ist. Mein Save-State ist. Wenn man so will. Hier. Weil man so viele hat. Okay. Dann sage ich hier... Und bis zum nächsten Mal. Bei irgendeinem Spiel. Tschüss.